Sven Gronau, Torwart Nr. 33 Michael Preul, Nr. 29, Ex-Torwart, jetzt Feldspieler Jonathan Tönsing, Spieler mit der Nr. 4 und ich bin Stürmer Mein Name ist Paul Rube, ich bin Spieler mit der Nr. 6 und ich bin Mittelfeldspieler Ich bin Philipp Pippo-Fersen, Spieler mit der Nr. 9 und spiele Mittelfeld Christian Marx, Nr. 2, Abwehrspieler Ich bin Michael Löffler, ich habe die Nr. 12, ich bin Feldspieler und auf meinem Trikot steht auch noch der Name Mike damit ich auf dem Spielfeld schnell gerufen werden kann Ich heiße Rasmus Nalles, habe die Nr. 7, bin der Kapitän der Mannschaft und bin Feldspieler, aber eher spiele ich hinten in der Defensive Ich bin die Dana Reichel und habe keine Nr. Ich heiße Rolf Hart, bin Hintertor-Guide und kümmer mich um die Reisen Ich bin Henry Nalles, ich bin Hilfstorwart und ich helfe bei Turnieren und ich helfe meinem Bruder Rasmus Mein Name ist Michael Hain, nummernlos, aber Heimat hier beim St. Pauli-Bilden-Fußballer als helfende Hand- und Aushilfstorwart im Training Wolf Schmidt, ich bin der Trainer losgeht nach hinten genau dem mission wir hier 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 heute